Kichmeier, Landsteiner, Huffenhauser, Himmelsberger. Bei Skirennen, da muss ich natürlich schon auf dem Punkt die Leistung erbringen. Dies ist ein Druck, mit dem müssen die umgehen lernen. Unterstützen kannst du ein Kind oder einen Skifahrer nur, indem du an der Basis Ruhe schaffst und wo man einfach die Latte nicht zu hoch legt. Der Support von der Firma Fische ist sehr persönlich. Der Fred, der macht das mit einem Herz und mit einer Liebe. Der kommt im Jahr ein paar Mal vorbei, schaut ob alles passt, bringt neues Material, Testmaterial. Das geht eigentlich das ganze Jahr immer aus und ein. Das geht eigentlich das ganze Jahr, so wie es ist mit einer Liebe. Jetzt ist das ganze Jahr zu kommen.